Die kurdische Gemeinde Vorarlberg veranstaltet heute einen großen Demonstrationszug durch Bregenz. Bei mir ist Helin, sie wird uns kurz die Anliegen der kurdischen Gemeinde vortragen. Also am 20. Januar ist die türkische Armee in Afrin, es ist in Nordsyrien, imaschiert. Und es geht darum einfach, dass dort Zivilisten umgebracht werden. Und dass man einfach, das ist für uns einfach ein Volksverbrechen und die ganze Welt schaut zu, aber keiner sieht, was da geht. Es geht einfach darum, dass wir das nicht tolerieren, dass wir nicht wollen, dass Menschen sterben. Und wir natürlich als die kurdische Gemeinde, wir sehen, wir sind einfach der Gags und das geht einfach nicht so. Weisler nicht, wir sind einfach nicht so. Fafschist, Atokar, Fafschist, Atokar. Erdogan, Terrorist! Atokar, Terrorist! Prege, Erhab oder App leather! Räschi, berkhodanayet veje! Bekir, 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 Bekir! 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 Wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei!